Eines der Tools, das in DaVinci Resolve bis jetzt meiner Meinung nach definitiv zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, ist die sogenannte Daft Map. Mit dieser Daft Map können wir nämlich die Tiefe in dem Bild nachträglich feststellen und dadurch aus der generierten Maske können wir alle möglichen Effekte generieren oder sie eben, wie in unserem Beispiel, auch zum Color Grading benutzen. Wie das Ganze in DaVinci Resolve funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Wir befinden uns aktuell in der Color Page in DaVinci Resolve und wir würden gerne diesen Shot hier etwas anders grayen. Was meine ich damit? Naja, letztlich ist mein Hauptprotagonist hier meiner Meinung nach nicht hell genug. Ich hätte den gern einen Ticken heller, aber eben diese Person im Vordergrund zum Beispiel nicht und auch die Person hier im Vordergrund nicht und den Hintergrund eigentlich auch nicht. Ja, da gibt es jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und ich zeige euch heute aber mal, wie man das mit AI und mit Hilfe der Tiefen Map machen kann. Diese finden wir in DaVinci Resolve unter den OpenFX. Ganz wichtig zu sagen, das ist eine AI-Funktion, deswegen ist sie nur in der Studio-Version verfügbar. Wir suchen also einmal nach Daft Map, ziehen diese einmal ganz klassisch auf unsere Node drauf und wir bekommen dieses Bild hier. Ja, was sehen wir denn hier als erstes mal? Letztlich ist die Daft Map nichts anderes als eine Funktion, die uns eine Alpha-Maske auf unser Bild projiziert, anhand von verschiedenen Tiefeninformationen. Und ihr seht es hier ganz gut, wenn wir die Daft Map nochmal deaktivieren mit Command bzw. STRG D und ausgemähter Node, sehen wir hier, dass wir hier diese Schulter einmal drin haben. Wir haben einmal unsere Person in hellgrau dahinter. Und wir haben hier noch den Kopf von der Person und die Schulter von der anderen Person hier mit drin. Also eigentlich schon mal eine ganz gute Auswahl von unseren Sachen, die wir gerne bearbeiten möchten. Aber das ist natürlich noch nicht unsere finale Auswahl, denn damit können wir erstmal noch nicht allzu viel anfangen. Letztlich ist die Trennung hier zwischen weiß und schwarz. Schwarz sind Sachen, die nicht aktiv sind. Weiß sind Sachen, die aktiv sind und quasi ausgewählt sind. Also eigentlich ganz normal, wie man eben mit einem Alpha-Kanal in DaVinci Resolve arbeitet. Als erstes schauen wir uns mal die Funktionen der Daft Map an. Und wir fangen an mit erstmal der Quality. Die Quality ist aktuell auf Beta. Die Quality auf Beta braucht allerdings auch wahnsinnig viel Rechenleistung. Und das Einstellen von diesen ganzen wichtigen Parametern ist in diesem Modus sehr, sehr schwierig. Ich empfehle euch aber trotzdem danach, nachdem ihr alles eingestellt habt, die Quality auf jeden Fall wieder auf Beta zu stellen. Wir wählen sie jetzt aber als erstes mal Faster. Ihr seht es, die Maske hat sich etwas verändert. Sie ist nicht mehr ganz so akkurat. Aber wir können sie jetzt immerhin abspielen. Denn das ist bei der Daft Map auf jeden Fall ein Problem. Die braucht wahnsinnig viel Rechenleistung. Also selbst ich merke das bei meinem M1 Max, dass der schon wirklich mit dieser Daft Map an seine Grenzen kommt. Und da so den ein oder anderen Gedenksekunde, sage ich jetzt mal, braucht. Das ist aber kein Problem. Wie gesagt, Quality faster, dann ist das Ganze weniger rechenintensiv. Schauen wir uns als nächstes mal die Resulting Map Adjustments an. Diese müssen wir natürlich erstmal aktivieren. Und hier haben wir drei Parameter, die wir einstellen können. Wir haben einmal das sogenannte Far Limit. Wir haben das Near Limit und wir haben das Gamma. Wenn wir jeweils kurz drüber hauern, dann sehen wir, was dieses Limit jeweils macht. In diesem Fall Adjust the Black Level of the Input Values. Ja, das sagt letztlich vielleicht dem einen oder anderen so wirklich gar nichts. Ja, je näher Far und Near letztlich beieinander sind, desto geringer ist unsere Auswahl für unsere Daft Map. Wir gehen einfach mal mit diesem Far nach oben, dann sieht man ganz gut, was passiert. Wir canceln quasi Sachen von der Entfernung, also aus der Distanz weg. Und je höher das Far Limit ist, desto näher sind wir quasi an der Kamera. So kann man es am besten erklären. Wir setzen das Ganze in dem Fall aber zurück, denn wir wollen ja diese Person isolieren und nicht die beiden vorderen. Des Weiteren haben wir hier noch die Funktion, unsere Daft Map einmal zu invertieren. Das heißt, dann dreht sich diese Daft Map einfach einmal um und wir können zum Beispiel den Hintergrund selektieren. Wollen wir in dem Fall natürlich nicht machen, deswegen lassen wir diesen Knopf aus. Wir können die Daft Map auch noch deaktivieren. Das ist dann spannend, wenn wir bereits eine Anwendung auf unsere Daft Map gemacht haben, denn dann können wir das Ganze einmal ausschalten und schauen, wie es mit dieser Anwendung aussieht. Darunter finden wir die Resulting Map Adjustments und damit stellen wir unsere Daft Map ein. Das heißt, wir schauen in diesem Fall, dass wir Bereiche wie hier hinten, was ja wirklich Hintergrund ist, zum Beispiel diese Leaves, also diese Blätter, die wollen wir raus haben. Deswegen stellen wir das Fahrlimit einen Ticken nach oben, aber wir achten darauf, dass unsere Person natürlich noch zu sehen ist. Mit dem Near Limit können wir definitiv etwas nach oben gehen, sodass wir eine durchgängige weiße Fläche hier bekommen und somit nähert man diese Werte langsam aneinander an, sodass man das gezielte Ergebnis hat. Mit dem Gamma kann man manche Sachen noch mal verstärken und abschwächen. So in etwa sieht die Maske aktuell für mich ganz gut aus. Jetzt geht es uns aber darum, dass wir ja eigentlich diese beiden Personen und diese beiden, beziehungsweise drei Personen hier vorne ja gar nicht mit drin haben wollen in unserer Selektion und aktuell wäre das der Fall. Das heißt, aktuell, wenn ich anfangen würde, hier jetzt irgendwas zu verändern farblich und irgendwie mit den Primaries hier unten das ganze Bild ein bisschen aufhellen würde, dann würde erst mal nichts Separates passieren, sondern da würde einfach dieser komplette Vordergrund mit diesen vier Leuten komplett aufgehellt werden. Und da kommt die Isolate Specific Depth ins Spiel. Das heißt, hiermit können wir eine spezifische Tiefe, das heißt, ja, einen bestimmten Bereich in unserem Bild isolieren. Das machen wir einfach mal an. Und ihr seht schon, es passiert hier was. Und zwar wurde unsere Maske doch ein bisschen verändert. Und mit der Target Depth können wir jetzt quasi wie mit einem Fokusrad so einen Ticken verschieben, was wir gerne fokussiert hätten. Und wir hätten ganz gern ja unser Subjekt hier einmal isoliert. Und das Ganze können wir eben auch nochmal feintunen, indem wir mit Far und Near Limit etc. spielen. Denn damit hat man die Möglichkeit auch nochmal das Ganze etwas besser fein zu tunen. Da muss man einfach ein bisschen schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und somit nähert man sich dann schon langsam einem Ergebnis an, wo man sagt, ja, das ist das, was ich eigentlich haben wollte. Ihr seht jetzt, wenn man die Softness ganz nach oben macht, kriegt man recht harte Kanten. Deswegen da immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber somit haben wir jetzt schon mal ganz gut eigentlich nur unsere Person selektiert. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt haben wir hier aber an der Seite noch so, ja, Umrandungen. Da kommt das sogenannte Post Processing ins Spiel. Denn damit können wir diese Umrandungen so gut es geht erst mal wegmachen. Wir können den Post Filter stärker einstellen oder weniger Start. Da muss man ein bisschen so eine Feinheit finden. Mit Contract und Expand können wir das Ganze einmal kleiner oder größer machen, die Selektion. Da müsst ihr je nachdem danach auch nochmal schauen, ob irgendwie Kanten zu weit gehen. Wenn wir was aufgehellt haben, kann es sein, dass ansonsten dann so ein Schein, fast so ein heiligen Schein um ihn entsteht. Denn wir wollen ja unsere Anpassung nur auf ihm haben und nicht jetzt hier noch überall im Hintergrund. Deswegen, das macht das. Und mit dem Blur können wir noch so einen leichten Blur für die Kanten hinzufügen. Das ist in der Regel keine schlechte Idee, denn harte Masken sind normalerweise nie schön. Ja, und nachdem wir jetzt diese ganzen Sachen einmal gemacht haben, ändern wir die Quality zurück auf Better. Denn jetzt ist die Quality nochmal besser, aber auch unsere Selektion etwas feiner. Und mit dieser Selektion können wir jetzt ganz normal unsere Primaries nutzen. Dafür gehen wir aber mit einer neuen Node, denn ich möchte das Ganze ganz einfach anpassen können. Deswegen fügen wir eine neue Node hinzu und packen unseren Key da einmal rein. Und wenn wir das Ganze jetzt hier einmal die Preview verändern und hier in unserer zweiten Node jetzt anfangen, irgendwas zu verändern, dann seht ihr, dass wir die Veränderung nur in diesem Bereich haben. Denn wir haben mit diesem blauen Viereck in diesem blauen Pfeil unseren Key von dieser Node einmal weitergegeben. Das heißt, alles, was wir hier drin selektiert haben, schicken wir jetzt einfach an den nächsten Node, in der wir dann alle möglichen Adjustments machen können und es dann quasi einfach hier mal kurz anschauen können, was wir dann gemacht haben. Ist einfach für mich persönlich immer die bessere Variante, als es auf der eigentlichen Node zu machen, denn dadurch habe ich einfach eine bessere Kontrolle und sehe ganz genau, was in unserem Node Tree wo passiert ist. Hier habe ich quasi bloß die Selektion gemacht von was ist zu graden. Und hier fange ich dann an, diesen Bereich, den ich hier ausgewählt habe, eben einmal weiter zu bearbeiten. Wir können in diesem Fall jetzt einfach mal mit den Curves ihn etwas heller machen im Gesicht. Und schauen wir mal, wir stupsen auch hier oben noch ein paar Highlights mit rein und mit der Sättigung gehen wir auch noch ein Stück nach oben. Und wenn wir das jetzt einmal mit Command beziehungsweise Steuerung deaktivieren oder deaktivieren, sehen wir einen Riesenunterschied. Denn wir haben jetzt tatsächlich nur diese Person hier einmal selektiert und im Vergleich zu vorher haben wir jetzt ein deutlich helleres Gesicht und können viel besser seinen Gesichtsausdruck sehen. Wir haben noch recht harte Kanten und da müssen wir nochmal dran arbeiten, indem wir hier nochmal mit dem Blur etwas nach oben gehen. Vielleicht sogar noch ein Stück, dass wir sauberere Kanten haben, wie hier jetzt am Gesicht. Nachdem ihr jetzt wisst, wie man in DaVinci Resolve mit Hilfe von AI die Deft Map nutzt, zeige ich euch hier noch was viel Spannenderes. Und zwar, wie man mit Hilfe von AI ganz einfach Hintergrundgeräusche aus jeder Footage rausfiltern kann. Wie geht's denn da? Untertitelung des ZDF, 2020